Hallo meine Freunde, ich glaube, dass du weißt, wo ich gehe, von dem Thumbnail, aber jetzt bin ich beim Karlsruher Hauptbahnhof, guck mal. Ich bin jetzt bei der Karlsruher Main Train Station und ich liebe diese kleinen Sitzplätze, diese Benches, und hier kannst du rein und etwas zum Essen, so you can get something to eat. Ja, aber ich bin sehr froh, dass ich zu, was ein paar Webseiten gesagt haben, wenn ich in Spanien bin, ich bin froh. Ich bin froh, dass dieses Restaurant in Stuttgart, in Stuttgart, ja, so los geht's, let's go. Und wo ist mein Train? Wo ist mein Sitz? Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. All the way up hier. Und wenn du auf die Train Station und kommst nach unten, um die Tracks zu gehen, dann gibt es all kinds of places, wo du kannst, was du essen kannst. Hier ist ein Kebab, eine Bakery, ja, was du hier sehen und sehen, hier. I-R-E-1 I-R-E-1 Das bedeutet Das bedeutet Regionales Regional Train Weil ich bin hier so früh Ich bin hier so früh Ich gehe für einen Kaffee Und dann bin ich gleich zurück So Ich bin auf dem Train Ich bin direkt im Zug Ein Bahn oder so Ich glaube, dass es nicht ein Straßenbahn ist Ich glaube, dass es nicht ein Straßenbahn ist Und niemand ist da Niemand Aber ich bin ein bisschen froh So, niemand ist hier Ich bin auf dem Train, allein Weil ich bin sehr early Aber das ist okay, ich habe eine Kaffee mit mir Ich habe eine nice place zu sitzen Nice und quiet Und die window ist etwas clean für filmen outside Das Fenster ist Ein bisschen nicht so schmutzig Aber dann kann ich draußen filmen Okay Der nächste kommt Stuttgart Wir können schauen, was das erste Klasse ist Weil es ist nur das Zugfahrer und ich Das ist gut Das ist gut Das ist gut Das ist gut Das ist ein bisschen anders Das ist mein Platz Aber gut So As you can see Really the only difference was There was a little bit more room With that one In the first class And the seats I think Are They look like leather But who knows Could have been pleather for all I know Fake leather If Eine Zeit D Will We are Cheers Be Be 있 ihr mü Untertitelung. BR 2018 So there's a bit of construction going on here and they're taking us through a maze to get back into the city. And now I have found this beautiful park. In the center of Stuttgart. I don't know what that is. A woman angel up on top of the thing. Cool, this is a cool park. So I went in the wrong direction. But here, in this direction, in this direction, and a little bit way over there is another place. Oh jee, war das ein echter Katastrophe. That was a catastrophe. But I have a new plan. Also, bin ich gerade in Karlsruhe. So right now I'm in Karlsruhe. And I went to a little restaurant. Ich war beim Döner Restaurant. Das war ein Vorschlag für mich. Das war ein Vorschlag. Aber dieses war ein Vorschlag. But this was a suggestion to me. To come here and try these. Jufka oder Durum. I guess it's the same thing. Also, das war ein Vorschlag für mich, hier zum kommen und probieren. Das Jufka oder Durum. Also, ich hab das hier. Und gehen wir nach Hause. I have it here and we're going home to try. Das Jufka oder Durum. Und ich hab die Mann hier gefragt. I asked him and he says, und er sagt zu mir, ist die gleiche. It's the same. So I guess Durum is the Turkish word. Jufka is the German word. Durum is Turkish. Jufka is Deutsch. Keine Ahnung. Aber guck mal. Es kommt so, das erinnert mich von einer wie einer Jiro in Chicago. So this is it. And it reminds me sort of a Jiro from Chicago, aber nicht alles. In Chicago. Aber meistens kommt man ein Pita-Brot. Nicht offen, nur so wie ein Taco. So it does remind me though of Jiro's in Chicago, but not all of them, because most of them are served with a Pita-Brot. Pita, they don't cut it open like they do the Jufkas. As donors here, they just serve it like a Taco. Aber ich habe ihn gesehen, wenn er dieses gemacht hatte. Und, okay, das sieht so wie eine Jiro. Och, meine Güte. Oh, yeah. Mmm. Mmm. Also das ist so wie, das ist wie ein Tortilla. Und die andere ist Fladenbrot, glaube ich. So this is just like a big Tortilla. Thin. They make it right there. They put it on this little thing. They haven't dieses gerade gemacht. Aber wahrscheinlich du weißt das. But probably you know that. Um. Das Fleisch ist die gleiche, the meat's the same. Nur das Brot. Das ist die Unterschied. Glaube ich. Schreib, wenn ich, schreib unten im Kommentar, wenn ich falsch bin. I believe the difference is just a bread. But if I'm wrong, write in the comments, please let me know. And it was a total disaster. Es war eine echte Katastrophe beim Stuttgart. But it's okay. Alles ist alles gut. Alles gut. Weil ich hab noch mal gutes Essen im Deutschland gefunden. Oh. It doesn't matter. It's okay. Because I, once again, found some really good food in Germany. Yay. Vielen Dank für dieses Video zu schauen. Thank you for watching the video. und ich wünsche euch, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. I wish you a wonderful weekend. Bye.